In diesem Video möchte ich euch helfen, besser in Conquest of E.O. Spellforce klar zu kommen. Spellforce Conquest of E.O. ist ein recht komplexes, relativ neues Strategiespiel, das viele Mechaniken aufweist, die bei anderen Strategiespielen nicht vorkommen. Daher fällt es oft Spielern schwer, sich in dieses neue Prinzip hineinzudenken, die neuen Mechaniken zu verstehen und gerade den Anfang gut zu überleben. Denn der kann ab und zu mal sehr frustrierend sein, wofür ich euch jetzt die ersten Schritte vorgeben will, wie ihr denn in diesem Spiel vorankommt, wie ihr den Mechaniken durchschaut und wie ihr einfach ganz ohne Überforderung erst mal das Spiel kennenlernen könnt. Wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne einen Like da, abonniert gerne, das würde mich sehr freuen. Und so oder so bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Wie wohl bei fast allen Strategiespielen ist der erste Schritt, in das Spiel hineinzukommen, die Wahl unseres Setups. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, unsere Klasse zu wählen und unsere Herangehensweise am Spiel. Am Anfang würde ich euch einfach empfehlen, nehmt das, was euch am meisten Spaß macht. Versucht gar nicht erst da lange drüber nachzudenken, versucht nicht irgendwas zu interpretieren. Wenn ihr sagt, der Necomand macht euch Spaß, nehmt euch das. Wenn ihr später etwas mehr drin seid, könnt ihr euch selber noch immer einen Magier nach Maß anfertigen. Da werdet ihr trotzdem diese drei Klassen, die ihr eben gesehen habt, wählen können. Ihr werdet also ein sogenanntes Handwerk, wie es hier bezeichnet wird, im Spiel auswählen, das euren Spielstil massiv beeinflusst. Und könnt dann nachher auch verschiedene Bücher wählen. Wie gesagt, das wäre jetzt ein bisschen sehr viel, um das im ersten Schritt zu machen. Könnt aber, sobald ihr ein wenig drin seid, ein wenig auch mit diesen Seiten hier experimentieren. Was sehr viel Spaß machen kann, aber eben beim ersten Mal doch sehr überfordernd wäre. Die drei Archetypen, Alchemist, Necomand und Zauberschmied, bieten dabei genug Variationen, dass ihr schon alleine damit drei Durchgänge spielen könnt. Und bieten euch jeweils andere Fähigkeiten, die sie drauf haben, sag ich mal. Der Alchemist kann Zaubertränke natürlich berauen, Lebensmittel herstellen. Der Necomand kann Einheiten zusammenbauen aus verschiedenen Reagenzen. Und der Zauberschmied kann sowas, was wie Runen und Artefakte und Gegenstände produzieren. Worauf habt ihr am meisten Lust? Wählt das einfach aus und geht erstmal in den nächsten Schritt, bevor ihr euch Gedanken über verschiedene Schulen und deren Auswirkungen macht. In dem Beispiel wähle ich jetzt einfach mal den Alchemisten, um euch einmal die Prinzipien zu zeigen. Wichtig ist, und das ist vielleicht für Anfänger eine sehr gute Sache, es gibt eine Karte, es gibt keine Zufallskarte. Für fortgeschrittenen Spieler vielleicht eher so ein Hm, könnte man gerne haben. Aber gerade für den Anfang, um dieses Spiel auch kennenzulernen, ist das sehr gut. Und auch bei der zweiten Runde, wenn man dann drin ist und weiß, wo sind verschiedene Städte und so weiter, ist es eine sehr vorteilhafte Sache, denn dann lernt man dieses Spiel besser kennen und kann sich größer in Herausforderungen stellen. Ihr könnt dann verschiedene Orte wählen, an denen ihr halt startet. Und dabei fängt natürlich das linke mit dem einfachsten Güldenfeld an und geht dann weiter Richtung höhere Bedrohungsstufe und so weiter und so fort. Ihr seht unten auch immer alles angeben, was jeweils das Gebiet einzigartig macht. Und ihr werdet irgendwann nach dem ersten, zweiten Runden merken, wo befindet ihr euch auf der Welt. Und das hilft natürlich auch dabei, das Spiel besser zu verstehen. Auch hier machen wir es uns ganz einfach. Wir nehmen Güldenfeld als unsere Startposition. Dann können wir Gegenspieler auswählen. Auch die lassen wir erstmal einfach auf Zufall. Wichtig ist, diese Spieler wollen euch tief nerven, um es auf Deutsch zu sagen. Die wollen, dass ihr euch in irgendwelche gewissen Bedingungen erfüllt, dass ihr nicht in ihr Territorium reingeht. Die werden auch aktiv das Territorium irgendwie ausbauen. Das heißt, darauf müsst ihr dann immer vorbereitet sein. Wir werden natürlich auch für dieses Beispiel einfach mal auf ausgewogen gehen. Das heißt, eine ganz normale, ausgewogene Erfahrung. Ihr seht aber unten, ihr könnt alles einstellen, was ihr wollt. Zum Beispiel könnt ihr sagen, Weltkarten, Aggressivität, regelmäßig angreifen Turm, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Macht man das halt aus. Dann seht ihr, die Einstellung wird dann dementsprechend angepasst. Das könnt ihr alles auswählen. Finde ich eine super Sache. Ich würde euch empfehlen, das einfach mal durchzulesen und es selber zu überlegen, ja was will ich haben, was würde mich vielleicht nerven, worauf habe ich jetzt momentan keine Lust beim ersten Spiel, was würde mich auch irgendwie ein bisschen überfordern. Und da würde ich auf jeden Fall sowas wie zum Beispiel diesen Angriff auf den Turm runterstellen, denn das macht schon mal den Anfang angenehmer. Auch selbst ich auf höheren Schwierigkeitsstufen stelle das gerne mal runter, weil es teilweise sonst sehr anstrengend sein kann, wenn die KI ständig solche Angriffe schickt. Boom, runterstellen, denn das macht schon mal den Anfang angenehmer. Auch selbst ich auf höheren Schwierigkeitsstufen stelle das gerne mal runter, weil es teilweise sonst sehr anstrengend sein kann, wenn die KI ständig solche Angriffe schickt. Wichtig ist dabei eben immer, dass ihr dann denkt, das ist ein Spiel, das soll euch Spaß machen. Wenn ihr euch später herausfahren wollt, könnt ihr noch immer wieder zurückkehren und das Ganze so einstellen, wie ihr lustig seid. Am Anfang wollen wir erstmal das Spiel kennenlernen, sodass wir nicht frustriert werden und keine Überforderung erreichen. Denn nur so kann ich ein Spiel gerade mit solchen Komplexitätsgraden, wie Strategiespiele, auch wirklich meistern, lernen und auch mögen. Wenn wir das Spiel gestartet haben, sehen wir erstmal diesen Bildschirm nach einigen Schritten. Ihr habt nämlich zuerst mal eine kleine Story-Sequenz. Diese Story-Sequenz könnt ihr einfach euch durchlesen und dann mitnehmen. Ich will das jetzt natürlich nicht zeigen, das könnt ihr euch selber mitnehmen und erleben. Ihr seht natürlich wie immer, und das ist ja ganz wichtig, wenn wir jetzt die Überforderung herabsetzen wollen, ganz, ganz viel auf dieser Karte. Und was das alles zu bieten hat, wäre jetzt im nächsten Hauptteil dieses Videos zu erklären. Wie bei jedem Strategiespiel gibt es auch bei Spellforce Conquest of Eeyu verschiedenste Ressourcen, die ihr sammeln müsst. Die Klassiker kennen wir natürlich. Das Mana, das wir hier blau angezeigt sehen, und das Gold, das oben durch eine Schatztruhe angezeigt ist. Ihr seht allerdings ein paar Sachen, die sich vielleicht etwas unterscheiden von anderen Strategiespielen. Zum Beispiel seht ihr diese Spitzhacke unten links, und ihr seht oben rechts diese Sense für Ernten. Das Symbol. Und diese beiden Sachen sind Orte, die wir tatsächlich auch abbauen können. Da müssen wir speziell Einheiten haben, die den Trade Bergbau, beziehungsweise eben Nahrungssammeln haben. Und wenn die diesen Trade haben, können wir diese Einheit auf diese Punkte bewegen und dann die Sachen in einer gewissen Rundenzeit abbauen. Das wirkt erstmal ganz banal, ist aber eines der wichtigsten Features, die wir hier haben. Denn so könnt ihr Ressourcen erlangen, die ihr nachher in dem Handwerk, was ich euch noch zeigen werde, verarbeiten könnt und nutzen könnt. Nur so könnt ihr es auch langfristig schaffen, stärkere Dinge herzustellen, um mit der zunehmenden Gefahr der immer stärker werdenden Gegnern klar zu kommen. Als Alchemist mit unserem Alchemisten-Diener haben wir zunächst nur die Fähigkeit, Pflanzen zu ernten. Wir können noch keinen Bergbau betreiben, können also keine Erze gewinnen, um daraus Gegenstände zu erstellen. Da wir aber Alchemisten sind, brauchen wir auch am Anfang vor allen Dingen Pflanzen. Ich empfehle trotzdem auf jeden Fall, beide Fähigkeiten irgendwie zu besorgen durch verschiedene Einheiten, damit ihr beide Ressourcen zugänglich machen könnt. Und verteilt auch eure Ressourcen-Sammler, damit ihr wirklich auch einen guten Start habt und genug Ressourcen habt, um euch einen großen Vorteil zu schaffen, gerade im frühen Spiel. Das eben gezeigte Mana können wir ganz einfach mit unseren Truppen einsammeln, ist also ein typisches Pick-up. Damit sind die Abenteuer des Stachbildschirms aber natürlich noch nicht vorbei. Wie ihr erkennen könnt, sehen wir ein Goblin-Lager und da links neben ein Wachbostel und rechts noch eine Mine. Alle drei von diesen Dingen haben besondere Eigenschaften, die es perfekt machen, um euch einfach mal kurz zu erklären, was ihr denn da sehen könnt und worauf ihr achten müsst. Gehen wir zunächst auf das Goblin-Lager ein. Wir haben am Anfang einen Quest bekommen, dieses Goblin-Lager zu untersuchen, weil uns doch bestimmte Dinge aus der Story erwarten. Deswegen sehen wir die Krone und ein gelbes Symbol für dieses Goblin-Lager. Das zeigt uns also an, ihr habt hier ein Hauptabenteuer, so wie wir es auch im Bildschirm sehen können. Wichtig ist dabei, dass dieses Goblin-Lager unabhängig von seinem Quest die Fähigkeit gibt, Einheiten anzuhören. Ja, ihr habt richtig gehört. Ihr müsst keine Gebäude bauen in eurem Turm, sondern ihr bekommt gewisse Gebäude auf der Karte platziert. Und wenn ihr diese Gebäude innerhalb eurer Domäne habt, die ihr an dem blauen Bereich sehen könnt, dann könnt ihr diese Einheiten rekrutieren. Das ist eine essentielle Mechanik, die man unbedingt verstanden haben muss. Denn am Anfang ist es ganz wichtig, sich irgendwelche Einheiten zu besorgen, die man rekrutieren kann, damit man schnell eine schlagkräftige und zumindest einigermaßen starke Armee aufbauen kann. Die restlichen Informationen, wie jetzt zum Beispiel, dass Einheiten hier täglich mehr Leben regenerieren, findet ihr auch an dem Bildschirm, den ich euch eben schon gezeigt habe. Außerdem seht ihr hier mit roter Schrift sehr schön hervorgehoben, dass ihr hier Gegner zu erwarten habt. Als Gegenbeispiel gucken wir uns jetzt mal den Wachbosten an. Hier seht ihr, dass keine Gegner vorhanden sind. Ihr könnt aber wieder sehen, dass wir hier Soldaten rekrutieren können, wenn es sich in unserer Domäne befindet. Außerdem sind wiederum Informationen angegeben zu verschiedenen Buffs oder anderen Dingen, die relevant sein könnten für Kämpfe oder ähnliches. Interessanter ist da die Mine, die wir hier noch sehen können, denn die Mine hat eine Flagge über den Ort. Das heißt, hier sind auf jeden Fall Gegner zu finden. Die könnt ihr einfach mit einem Klick ansehen. Zumindest könnt ihr sehen, wie viele vorhanden sind. Welche Gegner zu finden sind, das müsst ihr dann noch herausfinden, indem ihr euch dahin bewegt. Wichtiger ist vielleicht die Symbolgabe, die wir jetzt sehen können. Wir haben fünf Schatztunen darunter angegeben. Das bedeutet ganz einfach, wenn wir das in unserer Domäne haben, also diese Mine in unserer Domäne haben, dann kriegen wir fünf Gold pro Runde dazu. Wichtig ist dann vor allen Dingen, und das ist auch eine weitere sehr wichtige Mechanik, gerade für Anfänger, dass diese Mine einen Auslaufdatum hat. Das heißt, ihr geht da hinein, sammelt euer Gold und nach zwölf Runden, wie ihr hier erkennen könnt, ist dann das Gold aufgebraucht. Ihr könnt diese Mine dann nicht mehr nutzen. Das heißt, es ist auch essentiell in diesem Spiel, die Domäne, die ihr habt, oft zu verschieben, zu verändern und strategisch sinnvoll zu positionieren. Wie genau ihr das machen könnt, werde ich euch nur mal kurz erklären, aber nicht deutlich zeigen, da es sonst etwas zu weit gehen würde für das Video, was wir hier vor uns haben. Ihr könnt euren Turm, den ihr hier habt, einfach anheben lassen, ab einem gewissen Zeitpunkt im Spiel. Dieser Turm kann sich dann bewegen und seine Sphäre irgendwo anders ausstrahlen. Außerdem könnt ihr die Sphäre erweitern. Zusätzlich werdet ihr Helden und Lehrlinge anheuern, die eure Domäne auch durch Lodges erweitern können. Diese Lodges geben auch eine eigene Sphäre der Influence, also eigene Domäne, wieder ab. Und damit könnt ihr neue Einheiten rekrutieren oder andere Ressourcen abbauen, sodass ihr immer relativ dynamisch, wenn man durch die Karte gehen müsst und könnt, um gewisse Punkte zu finden, die entweder unendlich Ressourcen bieten oder eben für eine gewisse Zeit sehr viele Ressourcen bieten. Natürlich habe ich euch mit diesen drei Beispielen nur einige von vielen, vielen Orten erklärt, wie es auf dieser Map geben wird. Viele davon werdet ihr selber erkunden können und selber euch den Eindruck machen, wie stark oder schwach die sind. Wichtig ist aber eben, um die Überforderung zu vermeiden, dass ihr erstmal einen Eindruck habt, was bietet euch eigentlich diese Map und dass ihr möglichst schnell als erstes Ziel euch die Soldaten einsacken würdet über den Wachposten. Denn die können euch erstmal einen gewissen Schutz am Anfang geben, die sind recht okay im Kampf und bieten dann genug, um euch die ersten paar Runden über Wasser zu halten, auch auf etwas höhere Schwierigkeitsstufe. Um noch mehr Eindrücke von den ersten Runden zu geben, habe ich einfach mal die Runde beendet, denn direkt danach werdet ihr mit der nächsten Mechanik vertraut gemacht, und zwar der Forschung. Das kennen wir natürlich aus jedem Strategiespiel, der ganz klare Klassiker. Dazu geht ihr einfach auf dieses Symbol, ihr könnt ihr auch Zauber vorbereiten oder ihr geht oben aufs Grimoire. Ich will auch da nicht zu viel erklären, ich würde einfach sagen, guckt euch an, was gefällt euch gerade, was hört sich interessant an als Zauber, was könntet ihr jetzt hier forschen, was euch vielleicht voranbringt, wie zum Beispiel ein Irrlicht oder eine Hilfe, guckt euch an, was es jeweils kann, heilen oder ein Wesen beschwören. Und geht auf die jeweiligen Seiten, die ihr jetzt einfach bei Alchemisten zweimal Natur bekommen habt, und einmal Verzauberungsschule, und guckt euch an, was diese Fähigkeiten jeweils bringen würden. Forscht einfach drauf los, drückt einfach forschen beginnen, und dann habt ihr das erstmal abgehakt. Denn in der ersten Runde solltet ihr nicht darauf angelegt sein, herauszufinden, welcher ist der beste, der imbalancste oder sonst was. Ihr solltet auch ein bisschen Empfinden für diese Welt finden, das vermeidet erstmal Überforderung, und vor allen Dingen lernt ihr dann selber so ein bisschen das Gefühl oder das Gespür dafür, welcher Zauber ist in welcher Situation nützlich, welchen Zauber kann ich gerade überhaupt nicht gebrauchen, und wenn ihr die erforscht habt, könnt ihr sie dann hier immer auswählen, um sie vorzubereiten, zum Beispiel jetzt hier den Zauber verrosten. Aber macht euch da keinen Stress, ihr werdet schnell feststellen, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist, und was ihr immer braucht, oder eben vernachlässigen könnt. Die Menge an Forschung, die ihr pro Runde produziert, könnt ihr hier erkennen. Wie ihr erkennen könnt, habe ich unseren Diener einfach mal zum Goblin-Lager bewegt. Wir haben jetzt einfach den Kampf automatisch kämpfen lassen, haben beide Goblins verloren, die wir besaßen. Ich würde euch empfehlen, diesen Kampf natürlich mal selber zu kämpfen, wenn ihr selber dabei seid, weil je weniger Einheiten ihr verliert, ihr kennt das Prinzip, desto besser könnt ihr natürlich auch die nächsten Runden überleben. Auf jeden Fall konnte ich durch diese Beseitigung der Goblins, die diese Lager besetzt haben, einfach einmal dieses Symbol hier oben freischalten. Dieses Symbol ist einfach euer Rekrutierungssymbol. Das Wichtige ist, und das ist auch ein ganz essentieller Tipp für jeden Neuankömmling, ihr müsst nicht, wie jetzt bei anderen Spielen, Geld bezahlen, um die zu rekrutieren, diese Wesen. Das heißt, ihr könnt einfach hier auf Ausbilden gehen, ihr bezahlt erstmal kein Geld. Das Symbol, was ihr unter der Einheit jeweils seht, ist nur der Goldunterhalt. Das heißt, pro Runde müsst ihr diesen Goldbetrag bereitstellen. Aber an sich könnt ihr jederzeit hier etwas bauen. Wenn ihr zum Beispiel wisst, ich werde jetzt eine Einheit verlieren, oder ich brauche einfach immer Nachschub, im Notfall könnt ihr die Einheit immer noch auflösen, um den Unterhalt zu sparen. Das heißt, ihr habt immer die Möglichkeit, hier zu rekrutieren. Es kostet euch nichts, ihr braucht nur die Gebäude, die euch eben die jeweilige Ausbildung bereitstellt. Ihr seht zum Beispiel auch beim Goblinschamanen, der dauert auch seine fünf Runden. Von daher, auch da mein absoluter Tipp, immer eine Einheit ausbilden am Anfang. Einfach drauflos ausbilden, damit ihr wirklich sicher sein könnt, dass ihr immer genug Nachschub habt, denn den werdet ihr brauchen. Damit hätten wir schon sehr viele wichtige Mechaniken besprochen. Ihr schlauen Füchse werdet aber ganz sicher merken, dass oben am Bildschirmrand noch immer zwei Symbole sind, die nicht erklärt wurden, und wir außerdem noch unseren Turm noch gar nicht angeschaut haben. Wenn wir auf dieses Symbol Turm klicken, erkennen wir diesen Bildschirm. Der ist noch sehr einfach gehalten, wird, wenn ihr ein bisschen vorangeschritten seid, deutlich ausführlicher und auch komplexer. Was aber auch eine gute Sache ist, ihr werdet also langsam da hineingeführt. Wichtig ist, ihr seht jetzt, es blinkt, ihr könnt hier Räume bauen. Maximal könnt ihr fünf mal drei, also 15 Räume bauen. Ihr klickt einfach hier drauf und habt dann diese Auswahl, die ihr erkennen könnt. Wir sollen jetzt sogar von dem Spiel gefordert, deswegen blinkt es hier auch so, das Alchemielabor bauen. Das schaltet nämlich unsere, und das ist ganz wichtig für uns, die Handwerksfähigkeit des Alchemisten frei, also unser Braun frei. Ihr habt dann aber auch noch andere Gebäude, hier zum Beispiel ein Studierzimmer, wo ihr Forschung erhaltet, eine Werkstatt, wo ihr Gold erhaltet und mehr Handwerksslots bekommt. Das könnt ihr einfach mal nach Gefühl bauen. Ich würde einfach sagen, hab ich Lust auf Forschung, baut das. Wollt ihr erstmal euren Goldvorrat sichern, baut halt erstmal das. Bleibt da erstmal ganz locker. Ihr könnt neue Gebäude freischalten, indem ihr bestimmte Rufereignisse in Städten erlangt, Seiten erforscht und ihr könnt die durch StoryProgress freischalten. Wir wählen jetzt erstmal das Alchemielabor und ich kann euch auch schon mal als Ausblick sagen, wobei ich das nicht in diesem Video weiter ausführen werde, ihr könnt die Gebäude auch erweitern durch Erweiterungsslots. Das kommt allerdings erst wesentlich später im Spiel, macht das Ganze aber sehr spannend und sehr interessant, soll uns aber in der ersten Runde jetzt nicht kümmern. So und jetzt kommen wir noch zum letzten großen Mammutprojekt, wo wir uns noch kurz diesen Ressourcen zu wenden. Denn wir haben jetzt das Alchemielabor gebaut und haben eine weitere Slot hier oben freigeschaltet. Das ist unser Handwerksslot. Wenn ihr hier drauf geht, könnt ihr diesen recht komplexen Bildschirm sehen. Der ist am Anfang sehr überwältigend, ist aber eigentlich einmal, wenn man einmal drin ist, nicht ganz so kompliziert, wie man vielleicht meinen mag. Wir haben rechts immer unsere Ressourcen angegeben. Ihr seht, ich habe noch ein paar neue gesammelt, damit das Ganze auch funktioniert. Und diese Ressourcen werden immer verschiedenen Sphären hinzugefügt. Der Verstärker, die alle Symbole beinhalten. Aber wichtiger, elementar, was die orange Farbe darstellt. Rot, Leben und Arkan. Ihr seht, wir haben momentan sehr viele elementare Symbole. Und dann seht ihr immer, dass wir hier Zutaten hinzufügen können. Und als Alchemist brauchen wir dafür mal einen Katalysator. Ein Katalysator wird immer an diesem Symbol erkannt. Das wäre zum Beispiel jetzt unser Kürbis. Der wird als Katalysator dann hinzugefügt. Und jetzt können wir die zwei Symbole, die dieser Kürbis schon bereitstellt, schon nutzen. Und können weiter ergänzen, wie zum Beispiel diese Asche. Und schon seht ihr, aha, ich habe einen Zutaten ergänzt. Habe drei Symbole zusammengefügt. Habe damit die erste von drei Schwellen bei der Elementarsphäre hinzugefügt. Und dadurch kommt schon mein erster Gegenstand. Ich könnte jetzt eine Zwergengranate bauen. Diese Zwergengranate macht Schaden im Kampf. Ist also ganz nett. Wir könnten auch nochmal versuchen, etwas anderes zu kreieren. Zum Beispiel mit dem Bier und dieser Lüfe. Dann könnt ihr zum Beispiel eine sehr, sehr mächtige Sache herstellen. Kann ich euch schon mal einen Tipp geben. Experimentiert darauf los. Aber, nehmt euch, wenn ihr einen Tipp haben wollt, ein Problem beim Spiel habt, ein versiegeltes Elementar mit. Denn das ist eine ziemlich starke Fähigkeit. Dieses versiegelte Elementar könnt ihr einfach in der Schlacht benutzen, um Elementare hervorzurufen und die für euch kämpfen. Also extrem nützlich. Und damit könnt ihr einfach experimentieren. Diese Rezepte, wenn ihr sie einmal hergestellt habt, werden auch hier gespeichert. 0 von 50 Rezepten. Ihr könnt also 50 verschiedene Kombinationen zusammenstellen. Je nachdem, welche Schwellen ihr jetzt nutzt. Wichtig ist, Not zu erwähnen, das sieht man hier in der Mitte, dass Tod und Leben sich gegenseitig ergänzen. Beziehungsweise sogar gegeneinander wirken. Das heißt, ihr könnt nur Tod oder Leben benutzen, um eine Schwelle zu erreichen. Sonst würden sie sich gegenseitig ausspielen. Und dann drückt ihr einfach hier auf Herstellen. Und schon habt ihr den einen Slot, den ihr jetzt habt, besetzt. Das waren jetzt schon sehr viele Informationen. Ich will euch aber natürlich nicht die letzten zwei Ressourcen vorenthalten. Und ihr seht, es ist auch schon viel passiert. Ich habe ein paar Tage vorangeklickt, um halt das Ganze nochmal zu zeigen. Und zwar geht es erstmal um das Allfeuer. Das Allfeuer erhält, wenn ihr euren ersten Knoten hier eingenommen habt, den ihr über die Story erreicht, dieses schöne Fenster hier. Darüber könnt ihr eure Wirtschaft spezialisieren. Das Allfeuer gibt einfach an, wie viel Mana will ich produzieren, wie viel Forschung will ich produzieren, wie viel Kenntnis für die Meisterschaft will ich produzieren. Dabei könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es einfach balanciert haltet, euch Richtung Mana und Forschung bewegt, Richtung Meisterschaft und Mana. Ich empfehle am Anfang, wenn man gerade neu anfängt, geht einfach auf Balance oder geht ein bisschen Richtung Meisterschaft. Denn die Meisterschaft ist der letzte Punkt, den wir noch haben. Und zwar ist sie dafür da, um euren Turm aufzuwerten. Und das bringt, und das sieht man sehr schön hier angegeben, euch sehr große Vorteile. Ihr könnt neue Gebäude bauen. Ihr könnt einen Demänenradius vom Turm erweitern. Ihr könnt mehr Lehrlinge anheuern, die wiederum Domänen erweitern können. Und ihr könnt eure Armeeplätze auch vergrößern, hier zum Beispiel bei Stufe 3. Mit all diesen Punkten, die ich euch jetzt vorgestellt habe, werdet ihr die ersten Runden sicherlich gut überstehen können. Wisst schon mal ungefähr, wo ihr rangehen sollt. Wisst aber auch, dass ihr auf keinen Fall euch überfordern sollt. Ihr werdet dieses Spiel nicht bei der ersten Runde meistern. Aber ihr habt jetzt ein Handwerkszeug bekommen, schon mal zu wissen, wo befinde ich mich überhaupt, was sind die wichtigsten Punkte und wie kann ich weitergehen. Alles andere ist natürlich wie immer, es ist ein Spiel, macht Spaß daraus, keine Arbeit. Min-Maxing könnt ihr noch immer machen, wenn ihr Bock habt. Aber erstmal versucht euch einfach mal anz experimentieren. Baut mal aus, wie es euch gefällt. Forscht mal und schaut mal, was für euch rauskommt, was gut für euch läuft oder was schlecht für euch läuft. Aspekte wie den Kampf und zum Beispiel Städte und so weiter, habe ich natürlich bewusst rausgelassen. Ansonsten würde ich über den Rahmen zu sprengen. Ich denke, auch diese Information, die ihr jetzt bekommen habt, müsst ihr erstmal verdauen. Einfach mal anwenden. Verhofft euch das Spiel, wenn ihr Bock habt. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Man muss aber eben erstmal reinkommen und sich mit diesen Mechaniken auseinandersetzen, damit man auch die ersten tatsächlich Runden überlebt und nicht von der KI oder von den umherziehenden Armeen besiegt wird. Aber keine Sorge, wenn ihr Hilfe braucht, der gute Omni ist für euch da. Schreibt mir einfach. Dann kann ich nochmal Tutorials zum Kampf, zu vertieften Aspekten, zu vertieften Handwerk und so weiter machen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr wisst, was euch zu tun hat und wir sehen uns beim nächsten Mal.